Hallo, ich zeige einmal das neue Reservierungssystem von Winestro Cloud. Fangen wir damit an. Die Reservierungen finden sich nach wie vor unter Artikel Reservierungen, allerdings jetzt etwas anders in der Übersicht. Die Reservierungsübersicht hier in diesem Account zeigt keine Einträge. Wir werden gleich die ersten zusammen anlegen. Hier kann man jetzt aussuchen, für welche Kunden, welche Artikel oder für welches Lager man die Ansicht einschränken will. Genauso wie hier das Bezugsdatum. Das bedeutet also, Reservierungen kann ich auch in einer Historie gleich sehen. Um eine Reservierung anzulegen, geht das jetzt über die Auftragsmaske. Gehen wir einfach mal auf den Kunden, sagen wir die Erna. Der möchte ich jetzt etwas reservieren. Sagen wir den Artikel 1702 und von diesem Artikel gerne 100 Stück. Die kann ich ganz normal erfassen, wie in jedem anderen Auftrag auch. Ich kann hier auch alle möglichen anderen Artikel benutzen. Ich sage mal hier den Korkens hier, den kann ich auch beispielsweise 250 Stück reservieren. Interessant ist hier, man kann mehr reservieren, als man im Bestand hat, egal welche Systemeinstellungen man eingestellt hat. Man könnte ja auch einfach eine Füllung, die noch nicht vorhanden ist, die noch noch im Fass liegt, bereits reservieren. Also das ist eine Besonderheit der Reservierungsaufträge. Gut, jetzt habe ich zwei Positionen eingefügt. Mal noch ist gar nichts passiert. Erst dann, wenn ich eine Reservierung erstelle, bekomme ich ein PDF. Dieses PDF kann ich dem Kunden zugänglich machen, ganz normal per Mail schicken als Dokumentation. Das PDF kann ich auch genauso wie alle anderen Dokumente in Winestro Cloud auch aktualisieren. Das heißt, wenn ich den Auftrag bearbeiten möchte, wenn ich mich vertippt habe, es waren jetzt 25 Korkens hier, kann ich das wie üblich hier bearbeiten, aktualisieren. Und dann würde das entsprechend angepasst, solange die Reservierung noch nicht angegriffen wurde. Solange geht das noch. Gut, gehen wir zurück zur Reservierungsübersicht. Die sollte sich jetzt etwas verändert haben und uns diese beiden Positionen aufzeigen. Das tut sie auch. Ich kann dann hier ein Datum auswählen und entsprechend umstellen, welche Reservierungen es vielleicht gestern noch gab oder in den zeitlichen Verlauf angucken. Für den Moment interessiert uns erstmal der aktuelle Stand. Hier kann ich nochmal gucken, die Ansicht. Hier kann ich nochmal zeigen, welche Lager ich auslegen kann. Ich kann also hier jetzt sehen, der Korkenzieher ist im Außenlager nie reserviert, im Hauptlager ist der Korkenzieher reserviert. Das sind alle Reservierungen im Hauptlager. Ich kann auch genauso nur einschränken. Zeigt mir alle Reservierungen von Erna, die den Korkenzieher betreffen, im Hauptlager oder über alle Lager hinweg. Diese Ansicht ist also wirklich die Übersicht für Sie oder für euch, immer einen Überblick zu haben, was gerade noch aktuell reserviert ist, beziehungsweise auch über das Datum, was reserviert war. Die Ansicht könnt ihr euch jederzeit exportieren, sowohl in Excel als auch ins PDF. Hier wird es noch eine Ansicht für den Kunden geben. Die wird sich noch in den nächsten Wochen sicherlich nochmal ein bisschen anpassen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die wir hier an der Stelle haben. Wenn wir den Reservierungen bearbeiten wollen, kann ich das unter anderem hier tun. Jetzt wurde mir, das gab es früher auch schon, ein Auftrag angelegt mit allen noch offenen Reservierungen für diesen Kunden. Und die werden mir hier direkt als Position in Auftrag gegeben. Das ist jetzt ein normaler Auftrag, das kennt man hier an dem normalen AU, zu dem ich alle möglichen Belege erzeugen kann. Wenn ich davon ausgehe, dass ich zum Beispiel hier nur 25 abrechnen möchte, treibe ich natürlich weiterhin nur 25 Stück davon ein. Ich kann das also nur teilweise machen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich erfasse einen normalen Auftrag, gehe gar nicht den Weg, den ich eben gegangen bin, sondern habe einfach nur einen neuen Auftrag für Herrn Asche-Pulski erfasst und verkaufe den Artikel 1002, dann sehe ich hier in grün hinterlegt, ah, okay, ist reserviert für diesen Kunden. Und hier sehe ich dann den Gesamtbestand plus die Reservierung für ihn oder für diese Dame und den Bestand über alle Lager. Hier sehe ich das auch nochmal für jedes Lager einzeln. Grün hinterlegt heißt, dass hier eine Reservierung für diesen Kunden in diesem Lager, für diesen Artikel vorliegt. Gehe ich hier jetzt in die Anzahl rein, sagen wir, auch hier werden 25 abgerufen, kann ich das also hier ganz normal verkaufen. Gehe ich auf Rechnung und in dem Moment, wo die Rechnung erstellt wird, die Reservierung entsprechend abgezogen. Falls ich die Rechnung einmal aktualisiere, wird auch das mit berücksichtigt, also da braucht man seinen Workflow gar nicht in irgendeiner Form ändern. So, gehen wir jetzt in die Reservierungsübersicht zurück, nachdem wir die Rechnung an Erna Asche-Pulski geschrieben haben und schauen mal, was hier die momentan gemacht hat. Gehen wir in die Reservierungsübersicht, aha, und hier sehen wir, die 250 sind jetzt noch 225, 25 sind abgerufen, das Ähnliche analog ist hier zu finden. Wenn ich eine Reservierung entsprechend bearbeiten möchte, kann ich das hier tun, indem ich zum Beispiel hier bei den Rätbewegungen angucke, welche Bewegungen gibt es. Dann sehe ich hier jegliches Detail zu diesen Reservierungen. Hier kann ich auch nochmal kommentieren, was hier vorgefallen ist, oder ich kann eine Bearbeitung vornehmen. Sagen wir, ich hätte mich hier schon vertan und wollte eigentlich nur 150 reservieren, dann könnte ich hier auf Bearbeiten gehen, sage die Menge, das sind minus 100. Ich kann hier auch wieder das Datum eingeben, zu wem, wann diese Kürzung gelten soll in diesem Fall. Und das war es hier schon. Dann kann man es hier entsprechend bearbeiten und sehen jetzt noch 125 offen. Diese Kürzung könnte ich jetzt auch noch löschen oder auch nochmal nachbearbeiten, je nachdem, ob es der letzte Eintrag ist oder nicht. Wenn das nicht mehr möglich ist mit dem Löschen, ist entsprechend das Symbol ausgegraut. Auch diese Ansicht hier kann ich einschränken auf verschiedene Lager, auf verschiedene Artikel. Ich kann also alle Artikel ansehen, ich kann Einzelartikel ansehen, ich kann mir alle Kunden anzeigen lassen, ich kann mir entsprechend das nur verkleinern lassen, ich kann hier auch wieder Vorgänger, Nachfolger, Vorgänger und Nachfolger inkludieren. Die Ansichten hier lassen sich auch wieder als PDF, als Excel exportieren. Wenn ich jetzt davon ausgemehrt, das ist der letzte Punkt hier, ich habe eine Reservierung gehört immer zu einem Lager und ich möchte diese Reservierung für diesen Kunden aus einem anderen Lager heraus bedienen, dann kann ich hier auf Lager klicken, dann wird mir auch eine Umlagerung entsprechend vorgeschlagen. In das Außenlager sollen 125 jetzt reserviert werden und die 125 im Hauptlager werden wieder freigegeben. Wenn ich das speichere, komme ich hier wieder hin. Auf alle Lager jetzt sehe ich, hier werden 125 abgezogen und hier werden 125 in das andere Lager umgebucht. Das ist also sehr analog zu einer normalen Bestandsumbuchung, wobei hier nur die Reservierung umgebucht wird. Machen wir das wieder rückgängig, so, indem ich die beiden Einträge lösche, gehen wir davon aus, ich möchte jetzt hier eine Änderung vornehmen, die ich aber auch per PDF dem Kunden zukommen lassen möchte. Dazu gehe ich wieder hier auf Neureservierungsauftrag. Jetzt kann ich hier wieder meine Artikel einfügen. Ich bin direkt für den Kunden und kann hier allerdings jetzt die Anzahl hingeben, sagen wir minus 25 anfügen. Das kann ich mit einem Reservierungsauftrag machen. Hier kann ich dann wieder einen Reservierungsbeleg erstellen, der halt genauso diese Änderung dokumentiert, an den Kunden geschickt werden kann. Hier stehen dann minus 25, das wäre dann die Kürzung dazu. Gehen wir wieder in die Reservierungsübersicht. Jetzt sehen wir hier, die 25 fehlen auch hier. Abgerufen sind weiterhin nur 25. Abgerufen heißt wirklich, was ist abgerechnet worden mit einer entsprechenden Rechnung. In den Bewegungen für diese Reservierung sehe ich das jetzt auch entsprechend drin. Ich habe dann hier eine Kürzung von 100, die haben wir eben eingetragen. Und genauso hier die 25, die ich eben über den Reservierungsbeleg gemacht habe. Das wäre so die grundlegende Arbeit. Interessant ist vielleicht auch zu gucken, wie man eine Kommission in einem Außenlager abbilden würde. Das wäre hier jetzt, gehen wir auf einen, erzeugen wir einen neuen Reservierungsauftrag und sagen nochmal, unsere gute Stube würden wir entsprechend beliefern. Hier können wir auch wieder einen normalen Reservierungsbeleg einstellen. Nehmen wir wieder diesen Artikel beispielhaft. Sagen wir, der bekommt 100 Flaschen von diesem Artikel reserviert. Jetzt kann ich eine Reservierung erstellen. Moment, wir nehmen hier mal zu, kann man hier nochmal gucken. Die Reservierung läuft jetzt auf das Hauptlager, wenn ich sie jetzt erstellen würde. Ich möchte aber die nachher im Außenlager haben, stelle ich das hier also um. Dann Reservierung erstellen. Reservierung erstellt. Jetzt habe ich einen Beleg, der genauso wie der eben aussieht und kann den entsprechend an den Kunden verschicken. Als nächstes kann ich eine Umlagerung machen. Das heißt, ich kann sagen, das soll aus dem Hauptlager in das Außenlager. Und jetzt habe ich dazu noch eine Umlagerung erstellt. Das heißt, ich habe jetzt einmal die Bestandsbewegung vorgenommen, dass 100 Flaschen vom Hauptlager in das Außenlager gehen. Und zum anderen habe ich eine Reservierung erstellt auf das Außenlager. Hier ist jetzt die Umlagerung, die man hier sehen kann. Die können Sie dann an Ihren, ja, intern einfach als Auftrag mit benutzen, dass etwas hin und her bewegt werden soll, im Lager oder abgeliefert werden soll. Gucken wir uns das jetzt nochmal in der Reservierungsübersicht an. Reservierungsübersicht. Hier ist wieder alles komplett zu sehen, was es als Reservierung gibt. Mich interessiert aber im Moment jetzt gerade nur die gute Stube. Also kann ich das hier entsprechend einschränken. So, jetzt sehen wir die gute Stube hat im Außenlager 100 reserviert. Gehen wir davon aus, ich möchte das nun abrechnen. Dann kann ich hier, die Ansicht noch ein bisschen verbessern, die Reservierung zu einem Auftrag überführen. Ich kann jetzt sagen, die gute Stube hätte 80 Flaschen davon verbraucht, die ich entsprechend abrechne. Das heißt, ich erstelle eine Rechnung dazu. So, dann haben wir die Rechnung erstellt. So, und dann können wir hier auch direkt gucken. Wichtig ist, dass die auf das Außenlager läuft, diese Rechnung dahin, wo ich auch reserviert habe. Hier ist sie. Gehen wir wieder zurück in die Reservierungsübersicht. Gehen wir wieder zurück auf die gute Stube. Dann sehen wir, diese 80 in der Abrechnung sind ganz normal natürlich verbucht. und ich könnte jetzt auch noch mit einer neuen Umlagerung und einer neuen Reservierung aus dem Beleg das sofort die Nachlieferung erzeugen. Ich hoffe, das System macht entsprechend Freude und macht eine Erleichterung im Alltag. Und ja, sag dann mal, bis demnächst. Tschüss. Aber core ist dann fertig.